Musik Aktuell deswegen von Coldplay Paradise, neues Album ist raus, Milo Xai Lotto heißt das, seit gestern kann man es offiziell kaufen und es ist eine fantastische CD geworden, finde ich, zumindest 17.21 Uhr, hier ist OS Radio 104,8 am Samstag, ja mittlerweile ist schon was abend, wenn ich rausschaue, es wird so langsam dunkel und die langen Tage, die sind ja auch längst Geschichte, denn jetzt kommen die langen Abende, die langen Abende kann man auch wunderbar zum Beispiel mit Fußball betreiben oder vertreiben mehr oder weniger, ein paar Minuten werden noch gespielt in den Begegnungen heute in der 10., in der 10. Bundesliga, in der 1. Bundesliga am 10. Spieltag und wie es dann letztendlich zum Schluss aussieht, das erzähle ich Ihnen dann gleich nach den Herren von Handsome Poets. von Ihrer Single Dance, The War Is Over, 17.21 Uhr, schön, dass Sie OS Radio 104,8 am Samstag eingeschaltet haben, noch bis 18 Uhr gibt es hier Sport, total. Vor dem Studio ist Thomas Tepel und er wünscht einen angenehmen Samstag Nachmittag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für funk, 2017 Untertitelung des ZDF 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 für funk, 2017